Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bioshock Remastered. Bewertete Part und viel Spaß! Leute, mal im Ernst. Bin ich jetzt doof? Wer pfeift dir denn so doof? Ich suche dir jetzt weiter! Hä? Ich muss den machen jetzt! Oh! Okay! L! Doch! Doch, doch, doch! Danke, Mister! Kein Ding! Danke! Kein Ding! Gut, Leute! Wir haben's! Hä? Wieso habe ich denn jetzt zwei besiegen müssen? Ist ja unfair! Okay! Okay! Äh... Normaler? Okay! Da! Jetzt kann ich mal noch die anderen Sachen kaufen, ne? Ja! Dann würde ich gerne das Gesundheits-Upgrade haben! Ach! Herrlich! Herr-r-lich! Äh, falscher Weg! Gut! Jetzt können wir dieses Level verlassen! Jetzt können wir es verlassen! Er hat ein Auge auf Rapture geworfen! Halten Sie Ausstattung! Äh, wo denn? Da muss ich lang, glaube ich, oder? Ja, da kann ich verlassen! Okay! For real? Bist du noch einer? Der hat ja jetzt keine Little Sister mehr, ne? Ich habe ja, genau, beide... ...gefunden und gerettet! Ich rette alle, Leute! Ich rette alle... Das ist, glaube ich... ...nicht mal so bad! Ja, das ist, glaube ich, ganz gut! So, wie sieht's aus? Ähm... Bistel bin ich noch gut dabei! Schrotmonie könnte ich vielleicht noch mal ein bisschen was kaufen, ne? Panzerbrecher brauche ich gar nicht so! Ich kaufe mal noch ein bisschen Schrotmonie! Nochmal zwei Verbändskästen... Jetzt habe ich vier... Fünf Verbändskästen! Vorsicht selber! Ach komm, ich kann ja auch sechs und sieben kaufen! Bin gut dabei! Ich meine, wenn man schon Geld hat, dann kann man es auch ausgeben! Würde ich meinen! Ist nichts mehr drin! Außer dieses Paar Geld! Ziehen wir! Aber wir können jetzt nach... Oh! Zu den ganzen Sachen können wir gar nicht hin! Wir müssen also zu Neptunes... Neptunes Bounty! Alles klar, Leute! Das... ...ist doch mal nice! Wenn ein Plasmide ihre Wirksamkeit gegen stärkere Feinde verliere, solltest du dich auf die Suche nach... ...besseren Versionen dieser Plasmide machen! ...Rapture fast nicht wiedererkennen, sie sollen Leute auf dem Apollo Square eingekesselt haben! Diane McLintock! Lintock! Speichervorgang läuft! Bitte den PC nicht abschalten! Alles klar! Mach ich nicht! Gut! Jetzt hattest du das Vergnügen, Andrew Ryan kennenzulernen! Der hat das alles hier aufgebaut und er ist auch derjenige, der ihn zerstört! Niemand weiß, was genau passiert ist! Vielleicht ist er durchgedreht! Vielleicht ist ihm die Macht zu Kopf gestiegen! Vielleicht hat er sich einfach dazu entschlossen, seine Mitmenschen zu hassen! Wie auch immer, auf jeden Fall mussten gute Männer ihr leben lassen! Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine Fisheries versteckt ist! Dort treffen wir uns! Den sehe ich jetzt erst? Was? Alles klar! Okay! Gut, Leute! Aber! Ich würde sagen, wir haben gut was geschafft heute! Und das heißt, wir speichern jetzt und beenden für heute, würde ich meinen, den Stream erstmal! Hier sind wir stehen geblieben! Ja! Dann machen wir bei Neptunes Bounty weiter! Würde ich meinen! Ryan merzt Schmugglerinnen aus! Fontaine und Schläger bei Schusswechsel getötet! Schlagzeile Rapture Standard! 12.9.1948! Jo! Wirst du auf, dass ich Langeweile... Dass ich mich zu Tode... Zum Teil langwe- Ach, zum Teil! Wlwlwlwl! Lesen ist heute nicht meine Stärke! Ich hab dich bei Discord gefragt, ob du Bock auf PUBG hast! Du hast nicht geantwortet! sonst hätte ich nämlich gesagt, wir machen heute einen PUBG-Lol-Stream aber ja, du hast nicht geantwortet ich liebe Ladebildschirme, Leute, habe ich euch das schon mal gesagt? habe ich das schon ja, ich sage das eigentlich ständig, glaube ich so, ist mein Sound ein bisschen leiser? oh lol, habe ich gar nicht gesehen ja ja, dürfte laut genug sein alles klar, okay, hier ist wieder so ein Vita-Chamber alles klar Gen-Upgrades austauschen ah, an so einem Automaten kann ich das ja so machen, okay er wird den Schraubenschlüssel schaden der Ring hat all physischen Schäden, ja warte mal, was? so, ja, ich habe ja schon beide was ist hier? hier habe ich auch nur zwei ich habe ja nur zwei, ne? warte mal äh, Schwierigkeitsgrad beim Hacken von den Schützen Fließgeschwindigkeit, wenn ich da jetzt ach so, nein, warte, dann habe ich hier noch eins mehr, oder wie? ja, Ranch Jockey und ach, statische Entladung, ah stimmt, Schraubenschlüssel schaden, ne? und das ist, wenn du getroffen wirst, gibst du einen elektrischen Schlag ab das finde ich eigentlich besser als Schraubenschlüssel schaden, Schraubenschlüssel schaden brauche ich nicht von mir aus gerne ja haben wir sonst nichts hier? nein, ich muss erst darauf klicken, okay hier haben wir aber auch nichts weiter und hier ah doch, hier haben wir noch ja, Telekinese und den elektrischen Dings ich glaube, ich nehme Telekinese und Feuer mit das ist, glaube ich, besser äh, erstmal hacken hacken das würde jetzt muss ich eigentlich nur das hier irgendwie nach da hinten fließen lassen da brauche ich noch seitliche nein danke okay, ein gerader hier unten, ein gerader da alles klar hacken AG erfolgreich ähm brauche ich Pistolenkugeln? nein, habe ich genug bin ich eigentlich nicht gut dabei ja gut, okay äh, ja Flo ah ah, Kiste nichts ähm ja Flo wir können auf jeden Fall gerne später noch PUBG zocken oder lol jetzt würde ich sagen erstmal ein bisschen Bioshock jetzt wo ich schon gestartet habe oh, hallo 9 Dollar danke ähm aber dann können wir später auf jeden Fall gerne ein bisschen PUBG und Bioshock äh, lol zocken bin ich auf jeden Fall dabei ich würde sagen, so eine Stunde oder so zocken wir jetzt Bioshock und danach können wir dann subscribe jetzt und in einer Stunde werden wir zusammen PUBG spielen haha sorry das leibt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge ich wollte das unbedingt mal sagen haha oh nichts ist hier noch irgendwo was oh, da unten Pistolen ja weißt du ganz unten im Wasser, Alter das sieht man doch gar nicht ist das gemein oh, ist das gemein aber okay, gut hier haben wir jetzt auch nichts mehr ich will ja alles mitnehmen was ich hier so auf dem Weg finde Maschinengewehr Verbandskasten bisschen Haken Feuer Feuer, 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 Feuer yo, ach ja und am besten mich nicht nur bei einer Sache anschreiben ja, sonst hast du bei Discord immer gehört und ich weiß aber nicht, wo ich dich sonst anschreiben soll ich hätte ja nur WhatsApp sonst noch oder Steam Medi-Station ja, brauche ich jetzt nicht brauche ich jetzt nicht oh alles klar hier ist eine Little Sister immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will dann wird er sich selbstlos f-verheilen okay kann ich mal nicht ausweichen, merke ich gerade ey die Verkehrung der diese Lüge ist im Moment Ionischer Schrot Ich würd gern Ich hab keine anderen Pistolenkugeln, scheiße Nein, oh Steam höre ich, Steam hörst du echt? Discord nicht? Alles klar, okay Alter, fader, ey Okay, der böllert hart rein Aber wir haben ja gelernt Er Ähm Was wollte ich sagen? Er behält ja das Leben, was er hatte, ne? War das jetzt so oder war das nicht so? Er ist jetzt weg Das war eine Mine Meint ihr, bringt es mehr? Oh Gott Kurz konzentrieren Er ist gleich tot? Ja, ich hab ihn Alles klar, nice Alles klar, Alter Geh weg Nein Okay Okay Ich hab's geschafft Alles klar Auch gar nicht anstrengend oder so Nein Kein bisschen Penning Du warst sehr Nichts Ich hab ihn Aber bist du wirklich ein Freund? Will er noch sein Eine der Kleinen bringt dir ein Geschenk Zum Zeichen unserer Dankbarkeit Okay. Da ist nichts mehr drin. Auch nichts drin. Oh! Neues Tonicum. Verbessert ihre Verbandskästen, indem sie Verletzungen mit verblüffender Geschwindigkeit heilt. Nie wieder ohne den besten Fall. Was war Hackers Delay nochmal? Oh scheiße. Oh lol! Geht weg! Keiner mag euch! Boah, gehen die mir auf den Sack, alter. Da unten ist noch ein Geschütz, oder wie? Meine Fresse! Ist hier noch einer? Kann ich jetzt bitte erstmal... Geht weg jetzt! Kann ich jetzt gleich bitte erstmal mich hier ein bisschen in Ruhe so langwürsteln, dass ich hier ein bisschen was entdecken kann? Das wäre echt nett. So. Äh, ich habe mit Discord den Sound ausgemacht, weil ich da sonst aber das Ger... äh, Anschreibgeräusche habe. Achso, ja okay. MG-Patron, alles klar, schön. Kann ich hier? Ich kann hier nicht aufstehen, man. Das ist ein bisschen... Naja, das Schiff ist ja... Nicht sprinten. Ich kann hier auch nicht wieder hoch... Hm... Okay, aber ich kann mich jetzt erstmal ein bisschen umgucken, dann gleich nochmal die Tunicums aussetzen... äh, austauschen... Aussetzen? Oh, Junge! Warum gibt es denn... Warum gibt es denn so viele von euch, Mann? Langsam ist es echt ein bisschen nervig. Wandskasten, MG-Patron, Ewe-Spritze, brauche ich nicht. Oh. Bis auf weiteres sind alle Tauchkugeln gesperrt. Wir mussten in Ryans Auftrag so eine Art genetisches Schloss in die Dinger einbauen. Jetzt können nur noch Ryan und sein Führungskreis sie frei verwenden. Die Jungs haben mir aber erzählt, dass die Schlüssel sehr unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach Belieben mit den Tauchkugeln fahren. Da will ich hin? Äh, okay. Oh. Was ist das jetzt? Dein Ernst? Geh weg! Könnt ihr mich jetzt endlich mal irgendwie kurz in Ruhe lassen? Damit ich hier mal alles schön erkunden kann. Das wäre sehr, sehr nett von euch. Kann ich auch nicht kaputt machen, schade. Drüben komme ich erstmal weiter. Okay, dann gehe ich erstmal kurz zurück. Denn ich würde gerne meine Tunicums austauschen. Alles klar. Äh, ja Flo, okay. Dann schreibe ich dir aber sofort immer bei Steam. Bei mir ist es halt anders. Ich habe Discord halt immer offen. So, das ist das Schau-Programm bei mir eigentlich. Da gucke ich halt eigentlich immer. Oder sehe ich immer. Äh, wo? Da hinten war das. Komm ich gar nicht zurück? Doch, komm ich. Okay. Okay. So, wo war das? Das war hier, ne? Jedes Mal... Medica-Pack. Medica-Pack. Verbandskästen verleihen etwas mehr Gesundheit. Ja, besser als beim Hacken Leben zu bekommen? Eigentlich bräuch ich das hier dann nicht, ne? Ne, mach ich lieber so. Hab ich mir das jetzt umsonst gekauft, ey. Ähm... Ich bräuchte bitte noch mal ein bisschen Pistolen, Muni. Oh, Panzerbrechende kostet halt so viel, ey. Hier bräuchte ich auch noch ein bisschen was von eigentlich. Ja, komm. Nehme ich noch mal sowas mit. Ich hab halt wenig Muni für die Pistole, ne? Die Pistole ist eigentlich eine ganz geile Waffe. Dann nutze ich erstmal nur die Schrot, würde ich sagen. Ionischen Schrot oder normalen Schrot. Ich nehme normalen Schrot. Das Dings, okay. Wenn ich jetzt hier durchgehe. Hier muss ich lang, ne? Dann will ich erstmal da hinten lang gehen. Um zu gucken, was da noch ist. Ah, hier komm ich auch. Okay. Noch mehr dieser Gegner? Okay. Nein, ich wollte nicht... Mann. Oh! Wirf! Okay. Vielen Dank, Mister! Danke, dass Sie uns gerettet haben! Oh! 200 Adam Hypnotize Big Daddy Hypnotize Big Daddy Ist da nicht ein N zu wenig? Tendenbaum, für das Retten deiner kleinen Little Sister gefunden Neues Plasmid? Ah! Brauchen sie ein Bodyguard, für alle Notfälle unser neuestes Hypnotize Plasmid wird einen Big Daddy täuschen, sodass er sie schützt, als wären sie seine Little Sister. Das nehme ich doch gerne mit. Das nehme ich gerne mit. Oh, ist das cool! Ah, hier kann ich jetzt... Oh, oh. Blasmid-Slot. Noch ein Blasmid-Slot! Ja! Instant. Oh, nein. Ich kann mir noch ein Blasmid-Slot kaufen. Oh. Ähm, dann erst mal gucken. Gesundheits-Upgrade ist halt auch wichtig, ne? Ziel-Dummy erzeugt einen Köder, der Angriffe von dir weglockt. Das wäre natürlich... Das ist ein Blasmid, ne? Ja. Maschinenbuster. Erhört den Schaden, den sie Kameraspots und geschützt hören. Das brauche ich nicht. Du erhältst ein wenig zusätzlich Gesundheit von Snack und Bondagen. Hm? Lasse deinen Gegner an Ort und Stelle einfrieren. Zerschmettere sie in tausend Stücke. Wem würde das nicht... Boah, das wäre eigentlich ganz gut gegen... Fettys, ne? Gegen Big Daddys. So, Leute. Das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut da rein.